Das ist der Only One Burger und bei dem wird nicht nur der Burger-Bahn feucht. Warte, was? Da der liebe Ferdi immer sehr groß im Reden ist, wollte ich dieses Mal probieren, ob sein Burger-Rezept auch wirklich gut schmeckt. Also habe ich genauso meine Patties in einer Pfanne gesmashed und diesen komischen Chili-Käse draufgelegt. Außerdem kommen auf seinen Burger karamellisierte Zwiebeln. Ich weiß, wie sehr er diese liebt, muss aber gestehen, dass sie bei mir, weil ich sie vergessen habe, leicht verbrannt sind. Zumindest bei der Soße kann man nicht viel falsch machen. Wusste aber nicht, was Gurken-Relish ist, hatte aber selbst eingelegte Gewürzgurken und die Soße war mega. Den Burger habe ich dann genauso wie er mit der Soße, den karamellisierten Zwiebeln, den Patties und alles, was sonst noch drauf war, belegt. Und konnte endlich Ferdi's virales Burger-Rezept probieren. Ich glaube, hier werde nicht nur ich feucht.